Delta-Fischmarkt. Lebende Fische zum Verkauf und live gespielter Blues dazu. Im Zeitalter des Tiefgefrorenen und Verpackten eine wehmütige Erinnerung an die Lebensgewohnheiten im Mississippi-Delta. Und auch der Blues, der hier gespielt wird, klingt anders, ist aktuell und tagespolitisch wichtig. Wahlen stehen bevor und jeder Wähler, so mahnt Sunnyland Slim von der Bühne, soll sein Kreuz bloß an die richtige Stelle setzen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020